Diese Afghanistan-Menschenrechtsabschiebungen-Prüfungen, diese Afghanen, die eine ganz solide Ausbildung in diesem Bereich haben, auch konsequent abschiebt. Irgendetwas, so, ne, ne, da sind wir aber bei 8.000 Einzelfallprüfungen. Einen wesentlichen Teil rechtskräftig, konsequent abschiebt. Und Sie können sich auf mich verlassen. Ich werde an alle Afghanen drehen, die dafür notwendig sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Fall ist es Afghanistan. Eine sichere Einzelfallprüfung. Dann treten Sie den Afghanen mit Füßen nach einem rechtskräftig negativen Asylbescheid. Ich sehe mich als Afghanen und wir schieben nach Afghanistan ab. Afghanistan ab. Konsequent ab. Afghanistan ab. Ich sehe Afghanen konsequent ab. Afghanistan ab. Afghanistan ab. Afghanistan ab. Ich sehe 8.000 Afghanen und wir schieben nach Afghanistan ab. Auch konsequent ab. Afghanistan ab. Gana-Gana- planetary backe S.G.F.E.M.U.G.T. K-K-Kan тысан K... k... Kamo...atten... 헐 KKKKKAK 팀 KKKK� NICHIB Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In diesem Fall ist es Afghanistan Mit 41.500 Asylabträgen aus Deutschland Und wir schieben nach Deutschland ab Deutschland Deutschland Deutschland, Deutschland